Was? Nicht süß genug, Mann? Ich geh schon. Tu mir auch nicht rein. Was sagst du? Für das Feuer hab ich ewig viel Zeit gebraucht. Und von wo kommt das Licht? Das Licht? Ja, hier sitzen zwei Hunde auf einer Couch. In der Boots, ne? Und die kann ich sehen. Da muss von so einem Feuerlicht kommen. Ah, okay. Ja, vom Fenster. Nein. Hier ist ein Fenster. Aber hier ist ein Fenster. Das ist doch in der Zeichnung nicht zu sehen. Soll ich da ein scheiß Fenster reinmachen? Nein. Wenn deine einzige Lichtquelle in der Zeichnung dieses Fenster ist. Was hast du denn hier? Boah, Schatten. Ich hab die scheiß Schatten rein. Ich hab die scheiß Schatten rein. Ich hab die scheiß Schatten rein.